Was sind Figuren und Tropen? Machen wir uns das an ein paar Beispielen klar. Ganz nah dran, an ihrem Alltag sind ja solche Sätze, das habe ich mit eigenen Augen gesehen. Was passiert da? Sie werden, denke ich, erkennen, da ist eine Doppelung drin. Das sagt ja etwas, das eigentlich auch so schon gesagt wird. Das habe ich mit eigenen Augen gesehen, verstärkend. Sie können Dinge nur mit ihren eigenen Augen sehen, nicht mit denen von irgendwem anders. Und wenn Sie das tun, dann tun Sie es metaphorisch. Aber prinzipiell, das habe ich gesehen, würde ja ausreichen. Das habe ich mit eigenen Augen gesehen, verstärkt das Ganze nochmal. Da haben wir es mit einer Hinzufügung zu tun. Denn die Operation ist einfach, dass ich zu einer Aussage etwas nochmal hinzufüge, um zu bekräftigen. Das wäre jetzt hier ein Pleonasmus. Was kann ich noch tun rhetorisch? Im zweiten Fall. Und was nun? Sagen Sie auch permanent. Da fehlt ja grammatisch etwas. Das ist ein verkürzter Satz. Vollständig müsste der heißen. Und was ist nun los? Was ist nun eigentlich passiert? Da fehlt irgendein Verb. Und was nun? Da haben wir es also mit einer Auslassung zu tun. In diesem Fall mit einer Ellipse. Ich kann also nicht nur Dinge hinzufügen, wie beim Pleonasmus. Ich kann auch Dinge weglassen rhetorisch. Und was kann ich noch tun? Als drittes. Schläfst, Liebchen? Oder wachst du? Ja, das Liebchen ist ja eingeschoben. Das zerhackt diesen Satz ein wenig. Der würde ja zusammengesetzt dann heißen. Schläfst oder wachst du, Liebchen? Das wird da dazwischen geschoben. Ich kann das nicht nur hinzufügen und auslassen, sondern auch Dinge umstellen. In diesem Fall ein Hyperbaton. Also eine Umstellung. Dann kann ich aber auch noch andere Dinge tun. Die sehe ich hier unten. Deutschland ist Weltmeister. Lass uns ein Glas darauf trinken. Was passiert hier? Ja, da werden offensichtlich Dinge ersetzt. Deutschland ist Weltmeister. Deutschland ist ja nicht Weltmeister, sondern vielleicht die Fußballmannschaft oder die Hockeymannschaft. Whatever. Weltmeister, aber nicht Deutschland als Land. Da wird also eine Gesamtheit, die größer ist, eingesetzt für etwas, das eigentlich kleiner ist, nämlich für die deutsche Nationalmannschaft, die Weltmeister ist. Ersetzung. Und im zweiten Fall genauso. Lass uns ein Glas darauf trinken. Auch da wird irgendetwas ersetzt. Wir wollen ja nicht das Glas selber trinken, sondern das, was drin ist in dem Glas. Da findet eine Ersetzung durch räumliche Nachbarschaft statt. Das Glas ist ja räumlich benachbart. Das grenzt an an das, was in ihm ist. Das Getränk, ihr Gin Tonic oder ihr Moskow Mule oder irgendwas anderes Leckeres. Das wird ersetzt. Räumliche Nachbarschaft. Da haben wir es mit einer Metonymie zu tun. Und dann kann ich auch noch andere Ersetzungen vornehmen, nämlich im letzten Fall. Meine Seele ist eine Landschaft. Was passiert da? Da haben wir es zu tun mit einer Metapher. Meine Seele ist eine Landschaft. Ihre Seele ist ja nicht beim Wort genommen eine Landschaft, sondern die ist, ja, wird hier eingesetzt, die Landschaft, um ihre Seele etwas näher zu erläutern. Eine Metapher. Also auch das wäre eine Ersetzung. Wenn wir jetzt diesen Unterschied zwischen Figuren und Tropen uns klar machen wollen, kann man ja auch überlegen, was unterscheidet diese ersten drei Beispiele, Hinzufügung, Auslassung und Umstellung. Von den letzten beiden Beispielen. Ja, man könnte vielleicht sagen, dass im ersten eine Umstellung auf der Ebene der Wortgruppe stattfindet. Im Zusammenhang wird da irgendwas gemacht. Im Satz Zusammenhang wird was hinzugefügt oder ausgelassen oder eben umgestellt. In den letzten beiden Beispielen bei der Metonymie oder der Metapher ist es gar nicht so sehr im Wort Zusammenhang, sondern da werden einzelne Ausdrücke ersetzt. Ja, die deutsche Nationalmannschaft wird ersetzt durch Deutschland. Das Getränk wird ersetzt durch das Glas. Und bei der Landschaft, ja, die scheint auch irgendwie stellvertretend zu stehen für eine andere Beschreibung, die ausführlich ist. Da werden also einzelne Ausdrücke mehr oder weniger ersetzt. Figuren sind Redeschmuck im Satzzusammenhang und Tropen vereinfacht gesagt Redeschmuck bezogen auf den einzelnen Ausdruck. Die unzweifelhaft wichtigste Trope, über die man in der Rhetorik und auch in der Literaturwissenschaft am meisten nachgedacht hat, ist ohne Zweifel die Metapher. Deswegen gucken wir uns ein paar Möglichkeiten, Metaphern zu definieren oder zu beschreiben, mal noch etwas genauer an. Ja, was könnte man sagen, wenn man erklären möchte, was eine Metapher ist? Ein sehr naheliegender Erläuterungsversuch ist ja erst mal zu sagen, eine Metapher ist ein verkürzter Vergleich. Vergleich wäre ja so ein Satz wie, ein klassisches Beispiel, Achill ist wie ein Löwe in der Schlacht. Achill ist wie ein Löwe in der Schlacht. Da habe ich eine Vergleichspartikel drin, x ist wie y, also Achill ist wie der Löwe. Und dann sage ich eben nur, dass der wie der Löwe ist. Und jetzt könnte ich ja auf die Idee kommen, dass die Metapher eigentlich ein verkürzter Vergleich ist. Also ich streiche einfach nur die Vergleichspartikel wie raus aus meinem Satz und kriege dann, Achill ist ein Löwe in der Schlacht. Metapher. So hat man das häufig versucht, gerade in der antiken Rhetorik. Da stammt auch dieses Zitat her von Quintilian, ist das Metaphora brevio es similitudo. Also die Metapher ist ein verkürzter Vergleich, ganz wirkungmächtige Definition. Was kann man jetzt dafür oder dagegen sagen? Das scheint ja intuitiv erstmal einzuleuchten. Es verdeckt aber auch ein wenig, dass solche Sätze eigentlich einen ganz verschiedenen Stellenwert haben. Das löst nicht das Gleiche in Ihnen aus, wenn Sie sagen, Achill ist wie ein Löwe in der Schlacht. Oder wenn Sie sagen, Achill ist ein Löwe in der Schlacht. Wenn Sie das erste Beispiel hören, den Vergleich, dann werden Sie sagen, ja unproblematisch, ist überhaupt nichts los. Wenn jemand sagt, Achill ist ein Löwe in der Schlacht, dann ist das erstmal eine Stockung in der Kommunikation. Dann wundern Sie sich, was ist da los? Warum soll der Achill jetzt ein Löwe sein? Der ist ja gar kein Löwe. Das nehmen Sie ganz anders wahr. Hat also eine ganz andere Funktion. Das ist erstmal so eine Art Widerstimmigkeit. Irgendetwas haut da nicht hin. Metaphern haben also kognitiv oder auch funktional betrachtet eine ganz andere Rolle als der Vergleich. Da sehen wir ein Problem, das auch bei einer zweiten Definitionsvariante auftaucht. Man hat Metaphern auch häufig beschrieben als uneigentliches Sprechen. Die sogenannte Substitutionstheorie, also Ersetzung, uneigentliches Sprechen soll nun metaphorisch sein. Wenn es ein uneigentliches Sprechen gibt, muss es auch ein eigentliches Sprechen geben. Und genau das ist ja der Knackpunkt. Das unterstellt so ein wenig, dass immer da, wo ich etwas metaphorisch ausdrücke, das gleiche eigentlich auch nicht metaphorisch sagen könnte, wenn ich mir ein bisschen Mühe gebe. Ich kann also metaphorische Sprache immer übersetzen in eine rein begriffliche, nicht metaphorische Sprache. Das ist allerdings nicht der Fall. Sie können ja auch überlegen, so komplexe Metaphern wie die Welt ist ein Buch, das einmal nicht metaphorisch zu sagen, das geht eigentlich gar nicht so richtig. Da müssten Sie ganze Bücher selber schon schreiben, um das irgendwie zu erläutern. Also absolute Metaphern, ganz, ganz schwierig. Da gibt es gar kein wirklich eigentliches Sprechen, das diesem uneigentlichen dann entspricht. Das ist eine große Schwierigkeit bei diesen Substitutionstheorien. Wenn man sich also fragt, was Metaphern leisten, kognitiv funktional, dann dienen sie vor allem dazu, etwas Unanschauliches anschaulich zu machen. Es gibt ja ganz viele Dinge, über die wir reden, die aber eigentlich überhaupt nicht anschaulich sind. Dieser Satz eben, meine Seele ist eine Landschaft, wäre ja so ein typisches Beispiel. Der Begriff der Seele, der ist gar nicht so richtig zu erläutern. Was sollen wir uns unter der Seele vorstellen? Und indem ich die Seele metaphorisch deute oder metaphorisch beschreibe, mache ich sie anschaulich. Unter einer Landschaft kann man sich was vorstellen. Das heißt dann eben, dass meine Seele vielleicht besonders weit ist, besonders komplex, irgendwie auch vielleicht auch ästhetisch gegliedert, besonders schön ist. Was auch immer ich mit der Landschaft in Verbindung bringe, vielleicht auch eine ruhige Landschaft etc. Also da habe ich ein ganzes Feld an möglichen Konnotationen, das über diese Metapher mit hineinkommt. Die macht etwas Unanschauliches, anschaulich und verdeutlicht auch Zusammenhänge. Ich erkenne Zusammenhänge zwischen Dingen, die eigentlich sehr weit auseinander liegen. Das ist ja auch so eine genuine Erkenntnisart, die mit Metaphorik verbunden ist. Dinge miteinander in Beziehung zu setzen, die offensichtlich erstmal nicht viel miteinander zu tun haben. Die Seele und die Landschaft, die würden sich vielleicht erstmal gar nicht zusammenbringen. Indem dieser Satz nun zum Beispiel in einem literarischen Text auftaucht, fragen sie sich auch, was die eigentlich miteinander zu tun haben. Da findet also irgendeine Übertragung dann auch statt. Vielleicht ist es plausibler, deshalb Metaphern auch nochmal etwas anders zu fassen, nämlich als eine Bedeutungsübertragung von einem Bildspender auf einem Bildempfänger. Unser Satz, Achill ist ein Löwe in der Schlacht, da gibt es ja einen Bildspender. Das ist der Löwe, der bringt bestimmte Konnotationen mit sich, bestimmte Eigenschaften. Sie sehen irgendetwas vor sich, wenn Sie Löwe hören. Und es gibt einen Bildempfänger, das ist der Achill. Mit dem Achill verbinden Sie vielleicht nichts, ja okay, Allgemeinbildung, irgendwas verbindet man vielleicht. Vielleicht haben Sie aber auch keine Ahnung und haben von Homer noch nichts gehört, haben auch die Troja-Filme nicht gesehen. Keine Ahnung, wer Achill ist. So ein Satz wie Achill war ein Löwe in der Schlacht, der gibt Ihnen jetzt irgendeinen vagen Eindruck, zumindest wer das sein könnte. Da findet eine Bedeutungsübertragung statt, vielleicht soll der Achill jetzt besonders tapfer sein, könnte man meinen. Das Interessante ist jetzt allerdings, dass es nur eine bestimmte semantische Schnittmenge gibt zwischen dem Bildspender und dem Bildempfänger. Das heißt, es werden nicht alle Eigenschaften von dem Löwen auf den Achill übertragen, nur einige. Achill war ein Löwe in der Schlacht. Das heißt ja jetzt nicht, dass der irgendwie auf allen Vieren durch die Wüste heizt, der Achill und da sabbernd durch die Gegend läuft. So was denken Sie sich auch gar nicht, sondern Sie wissen intuitiv, vielleicht auch kulturell überformt, welche Eigenschaften Sie da übertragen sollen. Und das müssen nicht mal Eigenschaften sein, die jetzt besonders valide sind, für die es große Evidenzen gibt. Der Löwe ist eigentlich ganz merkwürdig, wenn Sie sich mal informieren, zoologisch, was ist mit dem Löwen los, was ist das so für ein Tier. Wenn Sie feststellen, er ist eigentlich nicht mal besonders tapfer. Also der Löwe ist das Tier, das mit Abstand am meisten schläft. Der liegt eigentlich nur rum, tut gar nicht viel. Und wenn wir sagen, Achill war ein Löwe in der Schlacht, dann ist uns völlig klar, dass wir damit gar nicht mal meinen, der Achill, der pennt nur den ganzen Tag, sondern dann meinen wir irgendetwas anderes damit. Da spielen einfach kulturelle Konventionen eine Rolle bei der Frage, was wir eigentlich übertragen. Wo also genau die Schnittmenge besteht zwischen Bildspender und Bildempfänger. So könnte ich also Metaphern definieren. Und das, was übertragen wird, diese Schnittmenge, das ist das Terzium Comparationis zwischen den beiden. Übertragung von Eigenschaften von einem Bildspender auf einen Bildempfänger.